Was gibt's heute für mich? Euer Majestät, Herr Mozart. Ja, was ist mit ihm? Er ist da. Aha. Fein, das ist klar. Sehr schön. Ich hoffe, Majestät werden es nicht unangebracht finden. Ich habe zu Mozarts Ehren einen kleinen Willkommensmarsch komponiert. Welch ein bezaubernder Einfall, Herr Hofkomposite. Darf ich mal sehen? Es ist natürlich nur ein kleiner Spaß, Majestät. Darf ich es versuchen? Majestät. Wir wollen einen kleinen Spaß haben. Sehr beschwingt, Herr Hofkompositeur. Darf ich ihn spielen, wenn er hereinkommt? Majestät sind zu gütig. Wir wollen Herrn Mozart hereinbitten. Aber gemächlich, gemächlich. Dann kann ich noch ein wenig üben. Ja. Gut, beibehalten. Eh, Majestät. Sehr gut. Vorzüglich, Majestät. Tempo. Empor. Leicht füßig, dann kraftvoll. Der Marsch, Majestät, der Marsch. Nochmal. Der Marsch. Bravo, Majestät. Aber, meine Herren, bitte, nicht ganz so enthusiastisch, wenn ich bitten darf. Das gehört ihm. Euer Majestät könnt ihr es gern behalten. Ich habe es bereits im Kopf. Was? Nach einmaligem Hören? Ich denke schon. Ja, Majestät. Beweis es. Beweis es. Ab hier wiederholt sich, Simonet. Hier stimmt was nicht, oder? Habt ihr das versucht? Sollte es nicht ein bisschen mehr... Oder so? So. Ja. Bessen? Was meint ihr? Bessen? Ja. Untertitelung. BR 2018